Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake. Ja, schön. Welcome, Stranger. Ich kann es nicht, ich kann es nicht lassen. Schön seid ihr mit dabei, wenn ihr jetzt nicht schon weggeschaltet habt. Schön. So, äh, Meppe. Uns haben wir abhört. Äh, warte mal, hier ist ein Schatz. Was ist denn hier für ein Schatz? Große Halle. In der großen Halle hat es einen Schatz. Und zwar direkt hier. Erschleck ihn mal weg. Oh, echt, echt jetzt? Ah, hier. Oh, hier. Oh, ein Alexandrit. Oh, meiner. So, äh, Inventar. Oh, schön, oh, schön. Oh, wir haben ja ordentlich was abgestaubt hier. So. Machen wir mal. Alt. Weil, ja, der, der spielt, ist auch alt. So. Haben wir nichts mehr? Haben wir noch ein bisschen was? Können wir mal kurz nachladen? Äh, Frage ist jetzt, gehen wir jetzt nochmal runter und spielen das Minispiel nochmal? Oder nicht? Aber es ist eine sehr gute Frage. Es ist eine vortreffliche Frage. Ich wäre dafür, dass wir hier noch ein bisschen weitermachen. Wir haben einen Schlangenkopf jetzt auch. Packen wir mal kurz hin. Hier, hingeparkt. Klick. Aber theoretisch, bevor wir, bevor wir dann wegfahren mit dieser Rail-Bahn. Oh, nö. Oh, nö. Los, lauf! Ah! Ooh. Oh, nö. Warum hört hier keiner auf niemanden? Oh nein, jetzt sind wir auf jeden Fall schön bewaffnet, ja, mhm, mhm, das wird ein Spaß, ja, schön, ja, wir nehmen wir das hier, so, haben wir eine Lichtlampe, oh, oh. Oh, schön, ja, es ist gar nicht gruselig irgendwie, so, jetzt sind wir Ashley, schön. Dann müssen wir mal gucken, äh, nicht, dass wir hier, warte mal, okay, wir sind hier weiter oben. Oh, oh, die waren aber, die sind aber, Moment, sind die hier drin? Fallen die runter, wenn ich sie ausleuchte? Ich seh's ja nicht, die Ashley leuchtet nicht so hoch. Und wenn, dann hat sie hier einen kleinen Schrumpelarm davor, ach, das ist ja schön. So, naja, egal. Wie war nochmal, crouchen? Konnten wir crouchen? Hallo? Ashley? Komm schon, ich hab doch das vorhin... Das ist schnelle Drehung. Wir drehen uns mal schnell zurück. Wer ist der Iskir? Ah, eh, eh war das, genau. Äh, die Dornmüche. So, gucken, nicht, dass wir mit dir was verpassen, weil ich denke, mit dir kommen wir dann nicht mehr zurück. Hier hin, glaub ich. Schön, Schweinekopf. Äh, oh! Hast du mich erschreckt? Mich gar nicht, ich bin total cool geblieben. Aha. Hier, Ratte. Ratte, ich verbrenne sie. Warte mal, hier. Ich höre eine Uhr. Oh Gott. Ich seh doch schon, dass da was drin ist. Ist das eine Uhr? Das ist eine Uhr. Nur, was, was wollen wir mit der Uhr? Also, hier sind Töpfe und alles. Das heißt, wir kommen hier mit Leon auf jeden Fall auch nochmal durch. Der Weg zum geheimen Mausoleum. Ja, da war es ein Ratteleum, weil da war eine Ratte. Versteht ihr? Ratte, Oleum? Ja. Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Ja, kann ich eine Lampe irgendwie ausmachen oder so? Ich gehe doch jetzt nicht zu der Uhr hin. Da kommt doch direkt gleich die Ritterrüstung auf mich losgescheißt. Ne, 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 du. Das machen wir ja mal ja gar nicht, ja? Das machen wir ja mal gar nicht. Ähm. Ich muss sagen, sie sieht sehr schön aus hier. Gefällt mir. Ich mag es. Ich will doch mal noch gucken. Aber damit wir was... Dann brauchen wir einen Schlüssel. Ja, wem sagst du das, Ashley? Mhm. Ein Raccoon. Und ein Gürteltier. Ob ein Gürteltier Gürteltier heißt, weil man Gürtel daraus macht? Oder machen kann? Ist ja auch nicht jeder. Oh, oh. Ich blende dich. Ich blende dich. Oh, wenn jetzt auch noch Geister kommen, dann war es das. Ich schwöre. Dann hätte ich doch mal lieber Zelt aufgenommen. Aha. Ha. Ganz schön verwinkelt hier. Wo sind wir denn nun hergekommen? Von da, oder? Ja, ja. Okay, okay. Orientierung total lost, aber ich habe es wieder hingekriegt. Aha, schön. Ähm. Ah, excusez-moi. So, äh, hier lang, hier lang. Warte mal. Warte mal hier. Schön, und jetzt ohne Lampe weiter, oder wie? Ich hoffe nicht zu weit. Äh, halt, halt mal fest. Eine Geheimtreppe? Führt vielleicht zu einem geheimen Zimmer, oder so. Jo, oder zum geheimen Gegner, der dann geheimnisvollerweise voll auf dich losrennt. Wild schreiend. Wild schreiend. Flehend. Also, ich bin flehend. Du bist winselnd. Ja, das wird eine schöne Partie. Mhm. So, Schlüsselboden. Schlüssel. Oh Gott. Ja, schön. Jetzt geht's los. Oh, nee. Warte, hier müssen wir mit Leon... Wir müssen hier... Wir gehen hier mit Leon auf jeden Fall noch durch. Gut, was machen wir nun? Ich hau einfach ab. Geh drunter durch. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Ja, Schlüsselbund. Benutz den mal. Äh, äh... Keine Ahnung. Versuch mal. Nö, versuch, mach klug. Ähm, warte, das hat bestimmt was mit den, ähm... Ich glaub, der hier. Ja, der war's natürlich auch nicht. Da war's mit Sicherheit der hier. Ja, der geht. Guck. Hm, eleganter Parfümflakon. Kann ich denn die so aufhalten oder so? Ich will da nicht hier drin gefangen sein. Oh, oh. Hier, nimm mein Licht. Und folge ihm nicht. Ich möchte gerne nicht von einer Rütterrüstung zerkloppt werden. Wenn es irgendwie Rahmen des Möglichen wäre. Aber die mögen ja eigentlich kein Licht. Aber ob dieses Licht reicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Ah, du grüne Neune. Ah, du grüne Neune. Warte, warte. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, äh, äh... Der hier. Nein, ist es nicht. Mist. Der hier. Oh, scheiße. Äh, warte. Der hier. Oh, Gott sei Dank. Drück. Drück, drück, drück den Knopf. Oh, oh. Oh. Tschüss. Oh. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Oh, bitte nicht. Ich höre die Uhr. Ach so. Normalerweise sind Fahrstuhltüren immer sehr, sehr schwer. Die Kleine muss Bärenkräfte haben. Hat mal... Hat wahrscheinlich mal wieder zu stark an der Bären mich genuckelt. Ja, hold on. I will... Erstmal lesen. Äh, Notiz eines Bibliothekers. Die Insigne. Um dieses... Diesem... Goldverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insigne der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum. Dorthin, wo diese scheußlichen Rüstungen warten. Oh Gott, mir schwammt übelst. Oh, gnädiger Gott. Lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber das wahnsinnige Monster walten, das Ramon Salazar ist. Und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewigen treuen Diener Schutz gewähren. Blaues Licht? Ist das Licht blau? Ist das blau genug? Ja, denn so blau, 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 blüht er entzieht hier. 11.04. Danke, schimmende Notiz. Äh, 11.04 Uhr. Sag bloß. Bloß. Und jetzt? Gebe ich mir jetzt die Blöße. Oh, noch ne Truhe. Warte mal, warte mal, was hat die da? Gesichter. Haben wir einen Schlüssel mit Gesichter? Dann Vogel, Fisch. Der hier. Na, ist natürlich nicht. Der hier, der Vogel. Flügel, Vogel, Flügel. Hab's gesehen. Ein Saphir für mich. Dankeschön. Ah, dann können wir dann später direkt erstmal Leon geben. Ich glaub, der steht auf solche Klunker. Aha. Aber warte mal, hier waren wir doch. Hier sind wir doch. Achso. Das ist gar nicht hier, wo wir waren. Ähm. Was sagen wir? 11 Uhr. Oh Gott, wir müssen das... Dreh schneller, Ashley. Zeit ist Geld. Äh... 11.04 Uhr. Verstetigen. Oh, oh. Oh, psst, psst, psst. Yes. Würde ich mal nicht zu früh sagen. Ich hab doch noch so eine Uhr gesehen. Hm. Ganz am Anfang. Hab mich gerade gefragt, ob wir da sind. Warte mal. Ich glaub, das war die Rüstung, die so gequietscht hat. Ich hoffe, das Licht ist blau genug. Ah, du Kacke. Ah, du Kacke. Ah, du Kacke. Ja. Ja. Tschüss. Oh. Lässt du das wohl sein? Komm, hier. Bleib stehen. So. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Geh zu, geh zu. Zieh zu, geh zu. Oh nein. Ach, du Scheiße. Ach, du Sche... Ach, du Scheiße. Warte. Äh. Oh. Wo bin ich? Wo sind die? Wo müssen wir hin? Halt. Halt, stopp. Jeder bleibt, wo er ist. Wo muss ich hin? Äh, hinter mir. Und da ist noch ein Schatzplus. Aber ich glaube, die Schätze können wir dann erst mit Leon richtig einsammeln. Hoffe ich. Sonst werde ich echt... Ich werde... Ich werde böse. Hier, hier. Was ist denn hier? Wo ist denn hier? Warte mal, hinter mir. Wir gucken gerade in die Richtung. Ach so. Aha. Tschüss. Nicht Umsinn. Nein. Das tun wir nicht. Wir gehen einfach. Warte mal. Hier ist die Uhr. So. Solange die nicht durch die Tür kommen können. 11 Uhr 04. 11 Uhr 04. 11 Uhr 04. Ha. Kuckuck. 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 Brauchen wir hier, finde ich, auch noch irgendwo einen Schlüssel? War das hier vorne? War das... War das hier? Mich deucht, mich erinnern zu können, wir brauchten irgendwo noch einen Schlüssel. Und ich glaube, das war hier. Gerade glaube ich, ich liege völlig falsch. So ein Müll. Jetzt geht's mir aus dem Kopf. Äh, nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt geht mir nicht mehr aus meinem kleinen, runden Kopf. Das ist schön, schön, schön. Ich drück den Knopf. Ne, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ne, ne, ne. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Hm, hm. Ist die Tür, die zugeht. Ist die Rüstung, die hinterherkommt. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ach, du grüne Neune. Oh, Kacke. Äh. Ich will nichts übersehen. Drittelknopf. Halt. Im Namen des Lichtes. Stopp. Oh, Ding. Tschüss. Oh, oh, oh. Oh. Tschüss. Im Namen des Lichtes. Verpiesel dich. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Ich will am liebsten jetzt eine Rüstung tragen, ganz ehrlich. Ah ja. So viel zum Thema. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Was habe ich gerade gesagt? Ja, sage ich auch. Da ist auf jeden Fall was drin. Da ist auch was drin. Die sind alle voll. Die sind alle voll. Scheiße. Oh mein Gott. Ich hoffe, die fangen sich erst an zu bewegen, wenn ich die falsche Strippe ziehe. Und nicht, wenn ich die richtige Strippe ziehe, weil sonst komme ich echt in Stress. Hast du noch ein Schwert? Hack die doch alle nieder, Ashley. Zeig aus welchem Weichholz du geformt bist. Also, wir gehen erst mal gucken. Wir haben hier... Den Fisch... Den Elch, den Adler und die Schlange. Also, Fisch, Elch, Adler, Schlange. Hier haben wir schon mal Schlange. Ziehen wir mal. Ziehen wir dran. Hä? Nein. Nein, ja, ich auch nicht. Stopp. Stopp. Oder ihre Mami schießt. Keine Ahnung, was das ist. Wir ziehen einfach mal. Ich glaube, das war Fisch. Oh, oh, oh. Adler. Oh, 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 oh. Badab. Uh, hu. Badabab, badabab. Woo. Äh, hier war gar keiner. Wo ist noch einen? Ich brauche noch einen. Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich im Scheiß. Hier. Und. Woo. Ja, ja, ja. Stopp. 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 Oh, oh, hier passe ich nicht durch. Stopp. Alle stopp. Stopp. Alle schön stehen bleiben da. Wupp, wupp. Gruppenfoto. Gruppenfoto. Hier, ich mache ein Foto. Knips, knips. Oh, oh. Oh, oh. Geh doch zu. Ha, hier kommt es nicht rein, wa? Ha, ha, ha. Adu. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm, schnapp mich doch. Oh, hab ich das Auge umgeguckt. Hier, sei geblendet. Muss die Dinger nicht hingehen. Also kaputt gehen, meine ich. Oh, ne goldene Rüstung. Na, die ist ja goldig. So. Okay. Okay. Alles klar. Ich weiß, wie das Rätsel fungiert, funktioniert. Ähm. Das hier ist schon mal falsch. Komm mal mit. So. Und du kommst hierhin. So. Und die scheinen auch immer noch falsch zu sein. Komm mal mit. Ashley, hör auf, so zu stöhnen. Das macht mich noch ganz wahnsinnig. Ein bisschen sprengst du. Du musst ja direkt anfangen zu hu. Was denn? Zu hu, hu, still. Äh, ich will aber mein Licht wieder haben, ganz ehrlich. So. In Sinne der Familie. Salazar. Nein. Nein, warum sind die jetzt alle aus? Oh, oh. Ja, äh, schüss. Einfach raus. Einfach raus hier. Einfach. Weh. Wie weg. Und weh, wie weit weg. Warte mal. Ha. Siehste? Beinahe übersehen. So. Benutzen. Was haben wir hier? Schlange. Ja, die hier. Danke. Schön. Ja, aber jetzt haben wir ein Problem. Die kommen jetzt von hinten und von vorne. Hoi, ein Ashley-Sandwich. Ach, schön. Kann ich... Darf ich da mal? Ja. Ja, seid richtige Gentleman. Gentlerüstung. Parasiten. Was auch immer. So, und an dem kommt er. Uh. An dem kommt er vorbei. Aha. Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui. Haihu. Haihuhu. Pardon, du. Haihu. Oh Gottes Willen. Nein, und darunter müssen wir noch mit Lihon. Oh, das kann ja auch was werden. Ja, doch. Ich dachte es mir schon. Entschuldigung, mal eben kurz. Ich muss mal eben kurz rum hier. Oder huppala. jetzt sind die miss dinge mittlerweile überall wo müssen wir hin ach du scheiße wo müssen wir hin hier müssen wir hin wie kommen wir dahin ich glaube ich bin falsch weg gegangen nee warte da kommen wir gar nicht rein wir müssen hier die treppe hoch die geht hoch oder ja die geht hoch wir müssen die treppe hoch okay kein ding kein ding vorne links dann gleich wieder rechts dankeschön na zum glück sind das nicht die flinksten dieser kack vorhang habe ich mich erschrocken so hier rein und sofort hier hin da kommen hier nimmt alles okay ja warte ich hole dich da raus hier fang kommst du runter ich fang dich ja ist gut ja das war ja auch super war ja das war toll das war ja richtig toll äh so hier warte mal äh kapitel geben wir tabulator die lage ist ernst äh 500 hp schließen die kapitel 9 ab ja haben wir gemacht so spielmodus standard eine stunde 43 haben wir das ganze kapitel gebraucht wow rest of the devil 4 ist einfach lang einfach richtig lang getötete gegner 53 einmal sind wir drauf ach ja stimmt der parasit der unser kopf abgebissen hat einmal sind wir drauf gegangen so schnappszahl genauigkeit 77,7 wupp wupp und 10 mal schaden erlitten auch schön dann können wir hier nochmal kurz eben mal speichern tun wobei ne wir speichern ihn nicht ne wir speichern ihn nicht wir machen direkt weiter aber erst in der nächsten folge von daher ihr dürft gespannt sein ich bin es bis zum nächsten mal tschüss und tschau das wird schön hoffentlich ich hoffe das wird schön oh mein gott ich habe jetzt schon Angst oh 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 oh